Thomas Kinsley-Koman konnte gar nicht auftreten, hat hier auf Krücken die Katakomben verlassen. Gibt es da schon von den Ärzten eine annähernde Prognose bei Kreuzbandverletzungen, irgend so was, Schublade, gibt es da Tests, die man machen kann? Also inwieweit gab es da Austausch mit den Ärzten und wie lange, glaubst du, kann die Geschichte dauern bei King? Das ist jetzt komplette Spekulationen, brauchen natürliche Bilder. Wir können dann morgen eine klare Prognose geben, aber wir befürchten eine Bänderverletzung. Man muss jetzt nicht zwingend das Kreuzband sein, kann auch das Innenband sein, aber das ist jetzt alles Spekulation, es sieht auf jeden Fall nicht gut aus, man muss sofort runter, aber es ist extrem schmerzhaft und scheint uns eine ganze Weile zu fehlen.